recht herzlich willkommen zur 100 folge von city skylines ja wir sind unterwegs und gucken noch mal rein wir wollten zuletzt gesagt parks machen ausgehende verbindung hier das ist das freizeit na genau da wollten wir jetzt ein bisschen einsteigen gucken dass wir hier was schickes bauen damit die alle glücklich sind park ein park bauen hier beim baum na das wahrscheinlich sind ja da ging schon was so ist nicht da wird was hingehen ohne dass wir das machen müssen also abreißen ja der ist schon gebaut der ist ziemlich groß würde hier hingehen da aber da ist zwar super auswirkungen aber ehrlich gesagt bringt uns da wenig da oben können wir was verschieben sehe ich gerade da geht noch was hier ist der park nicht möglich der ist riesengroß der ist auch zu groß der raste da auch gar nicht richtig ein was das keine ahnung der gibt dann da auch nicht so groß so groß der würde auch irgendwie rasten wieder so komisch ein eigentlich müssen das doch klappen irgendwie verstehe ich nicht so ganz komisch ne ich den da einbauer muss irgendwelche gebäude weichen das wollen wir dann nicht machen ja das wäre schön ja wo noch ein gebiet wo sowas zu bauen ist geht nicht windrad im weg hier geht sowas auf jeden fall und aber auch einige getroffen die damit zufrieden sind hier war es mir auch hier ist was möglich cool aber damals schon was direkt neben wahrscheinlich eigentlich müsste man doch was abreißen da geht nix die sind ja schon relativ glücklich da gerade gewesen zack die zwei häuser weg und schon sind sie glücklicher das ist auch nicht wichtig und die sind auch glücklicher so da sieht es ja schon top aus hier unten können wir noch hin bauen oder bauen wir mal so richtig schönen großen park hin oder geht hat der geht allerdings nicht so was geht auch mal ja einen kleinen randgebiet gab es da so eine hüpfburg ist auch nicht groß ne da brauchen wir gar nichts hin bauen die sind ja schon glücklich hier wäre eine hüpfburg schön ne wird aber wieder bedeuten dass ich was anderes abreißen muss zack da kommt ein hüpfburg hin zack da auch noch eine und schon ist der freizeitwert da gestiegen da ist schon super grün da wollen wir gar nichts mehr machen da noch eine hüpfburg hin auf der anderen seite machen wir auch noch eine hin zack da müssen leider zwei häuser dran nicht glauben damit es besser wird und da auch und geht die hier in die hüpfburg nö zack hier wieder nicht bauen dann machen wir es da hin auch besser dran ja jetzt ist schon rot weniger ne hier müsste noch was hin geht da doch was hin oder da war es gerade grün zack die werden da auch glücklicher da muss ich so oder so was abreißen zack auch weg fertig hier können wir noch was hin bauen dann sind die auch glücklicher und hier hinten auch noch einen hin wunderbar und hier ist es richtig schön rot ne da habe ich überhaupt keinen platz doch hier habe ich platz gelassen vielleicht kriegen wir da noch was anderes hin dann so was ne ne nicht wirklich ne klingert nicht grün ein auch nicht auch nicht auch nicht Das war gerade grün, auf der Seite, okay. Ah, dann bauen wir hier Karussellen, oder was? Zack. Die sind schon glücklich. Hier unten geht auch noch was. Und dann müssen wir hier noch gucken. Da oben. Zack. So, rote Flächen werden schon grün. Hüpfburg noch dabei. Die sind schon glücklich. Können wir hier irgendwie einen einzeln? Ja, zack. Fertig. Auch schön, ne? Hier drüben noch eine Hüpfburg hin. Kriegen wir da irgendwo was hin? Ne, sieht nicht so aus, ne? Ne, das geht, glaube ich, nicht. Ja, hier müssen wir relativ viele Häuser abbreißen, wenn wir da was hinbauen wollen, ne? Hier wird's vielleicht noch gehen. Zack. Ja, passt. Gut, ich glaube aber... Hier oben noch was hin. Und der Einzugsbereich ist so klein. Der wäre groß, der Einzugsbereich. Aber der... Rastet hier nicht ein, ne? Auch doof, ne? Der ist einfach zu groß, der Park. Warte, hier vorne waren noch zwei. Weil geht der irgendwo? Da. Gut, machen wir. So, da soll er es reichen. Ja, Park ist genug geparkt. Was ist das hier? Einzigartige Gebäude, okay. Fußballstadion, könnten wir noch eins bauen, irgendwo. Haben wir aber schon mal gebaut, also ach, lass das mal weg. Das sind Unikate, glaube ich, ne? Was hätten wir hier? Quelle von Leben und Tod. Hm, brauchen wir auch nicht. Das? Einkaufsmaul, oder was ist das? Einkaufszentrum, genau so sieht's aus. Einkaufszentrum der Müßigung. Was ist hier los? Kriminalität wächst da gerade. Ich glaube, wir lassen das erstmal gut sein. Und kümmern uns hier lieber drum. Kriegen wir da irgendwo was hin? Ich glaube nicht, ne? Na, nützt nix. Da kommt's hin. Gut, alle glücklich und zufrieden, das ist schon mal was. Wie sieht's weiter aus? Irgendwo anders was buntes? Nö, eigentlich nicht. Gut. Sind wir damit auch vorangekommen? Dann würde ich jetzt sagen, kümmern wir uns nochmal gerade um die Müllplätze. Wie weit die sind? Der wird geräumt, die auch. Äh, der da ist ein Friedhof, kann aber wieder aktiviert werden. Das läuft. Nö. Ich glaube, wir machen das so, sehen wir mehr. Die sind okay. Der da kann auch jetzt verschoben werden. Und dann verschieben wir den mal. Ja. Da haben wir schon hier so angefangen. Würde bedeuten, so, ne? Ja, machen wir mal. Läuft wieder alles gut. Oh, da ist auch schon einer leer. Den können wir auch verschieben, aber wohin? Haha. Eigentlich hier hin, ne? Aber das ist, die Straße da ist verkehrt. Äh. Dann würde ich sagen, verschieben wir den mal gerade da hin. Und der könnte rein theoretisch auch da bleiben. Aber da müssen wir die Straße abreißen. Fertig. Ja, gut. Dann müssen wir weiter beobachten, wie es dann geht. Genauso wie da auch. Ja. Okay. Weiter gucken. Da brennt's. So, hier waren wir stehen geblieben, ne? Ja. Da ist keiner. Hier rechts, äh, links war noch einer. Der ist aber noch nicht so weit. Hier unten sind noch welche. Warte, wo war das? Da, die sind aber auch noch nicht. Und hier sind auch welche, sind aber auch noch nicht so weit. Ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Da ist nix, ne? Na, ich glaube nicht. Gut. Ja, dann haben wir schon wieder was verschoben auch. Das ist wunderbar. Und, ja, dann würde ich auch sagen, soll's für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr demnächst auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.